Was ist das Forum Berufsbildung? Also gut finde ich, dass das Forum Berufsbildung überhaupt stattfindet, dass es diese Veranstaltung gibt, dass eben Bildungsverantwortliche zusammengeführt werden, zusammengebracht werden zu einem Thema, eben heute das Thema Fehlerkultur und eben auch das Thema Künstliche Intelligenz. Und was bedeutet das für die Berufsbildung? Also ich finde es toll, dass es diese Veranstaltung gibt und dass es eben ein Forum ist, wo man gemeinsam im Gespräch sein kann zu aktuellen Entwicklungen. An der heutigen Veranstaltung gefällt mir besonders gut, dass wir zusammen in Diskussion gehen, dass wir zuerst theoretische Inputs bekommen, wie zum Beispiel morgen die Künstliche Intelligenz, so fehlerfreie Berufszukunft oder Berufsbildung. Und dass wir nachher wirklich an den Tisch gehockt sind und untereinander Erfahrungen ausgetauscht haben und das dann auch in Workshops zusammen erleben. Die Veranstaltung Fokus Berufsbildung finde ich cool, weil es sehr interdisziplinär ist. Also es kommen verschiedenste Leute zu Worten. Das Thema wird von verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Es sind ja auch Lernende, die etwas zeigen. Und eben das mehr von der Hirnwissenschaft her, aber auch vom Praktischen her. Und es ist so, glaube ich, die Diversität und Perspektivenvielfalt, das bringt schlussendlich sehr viel neue Erkenntnis mit sich. Neben dem Austausch natürlich, wo auch möglich wird, dass man eine Tagung. Und das ist da, wo alle davon profitieren. Fokus Berufsbildung ist für mich ein Herzensthema. Es sind Berufsbilderinnen und Berufsbilder, die gemeinsam am gleichen Thema arbeiten. Gemeinsam denken, gemeinsam über Berufsbildung reflektieren. Das ist grossartig.